Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Genau, wir gucken uns mal hier die ganzen Herausforderungen an, die wir tatsächlich noch zu tun haben. Hier, Lena braucht noch eine zweite Verabredung mit dem Ehepartner. Sie braucht immer noch Freundschaften zu zwei anderen Kindern. Das kriegt sie vielleicht sogar alleine hin, weil die ja hier wirklich aufeinander hocken. Wo ist eigentlich der Rote? Ähm, und ich würde sagen, Lena macht noch mal eine kleine Reise mit der Aneta. Und wir wollen mal gucken, wo wir hinfahren. So. Ähm. Ne, warte mal, das müssen wir anders machen, glaube ich. Ach Mensch, jetzt ist die zur Arbeit. Dann lassen wir das jetzt mal schneller vorlaufen. Der Hoffnung, dass Aneta dann gleich wiederkommt. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt braucht bis zur Arbeit, aber wir lassen das hier mal laufen. Wir könnten sie jetzt natürlich auch nach Hause holen, ne? Und dann auf der Arbeit, der Chef will nicht zufrieden sein, wenn Aneta blau macht. Wirst du sicher, dass sie es tun sollte? Ja. Sie macht es mal einmal. So. Aber sie hat immerhin Geld gekriegt. Wo ist sie überhaupt? So, hier ist unsere, hier ist unsere Lena. Und? Mehr Auswahl. Aktionen. Einladen zu. Ne? Was kriegen wir? Nichts. Wir haben das denn beim letzten Mal gemacht mit dem Date. Dann machen wir das so. Und um eine Verabredung bitten. Genau. So. Verabredung bitten. Mit ihr natürlich. Genau, da musste sie natürlich anrufen. Die sitzen nebeneinander. Das ist wie im realen Leben. Die sitzen nebeneinander auf dem Sofa. Sie muss sie aber anrufen. Und sie telefoniert vor allen Dingen ohne Handy. Logischerweise. So, wo gehen wir denn? Wo fahren wir denn mal hin? Wir könnten doch vielleicht mal die Galerie öffnen. Könnten wir nicht mal sogar wo ganz anders hinfahren. Ähm. Was ist hier denn so schönes? Hier ist gar nichts. Familienfreundchen. Da ist ja überhaupt nichts. Da kann man ja gar nichts machen. Wüstenblütenpark. Solarfackel. Die Zukunft der Vergangenheit. Museum. Eine Lounge. Fitnessstudio. Eine Bar. Hm. Wo gehen wir denn hin? Ach komm, wir gehen in ein Fitnessstudio mit ihr. Ja. 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 Oh Gott. So, was müssen wir denn jetzt machen? Hauptziel mit Verabredung. Kontaktlöfen. Sitzen und Verabredung sprechen. Das können wir jetzt erst mal machen. Und zusammen sitzen. Und. Genau. Rose anbieten. Über Träume reden. Ja. Mehr Auswahl. Romantik. Flirten. So, hier sitzen und plaudern. Die hätten sich mal coolere Klamotten anziehen können, oder? Lena scheint dieses Lied zu mögen. Soll sie zugeben, der Jörg? Warum der nicht? Soll sie, kann sie doch. Bitten zu verhüten. Warum? Ja. Romantik. Ähm. Auswahl. Lustig. Witze bei Ernten erzählen. Wollen wir mal gucken. Wir müssen mit der Verabredung witzeln. Mal sehen, dass wir das alles hinkriegen hier. Mehr Auswahl. Romantik. Ich kann immer noch nicht küssen. Unglaublich. Mehr Auswahl. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Mehr Auswahl. Lustig. Über Mode scherzen. Über Mode scherzen. Ein Kettenwitz machen. Küssen. Ja, guck mal. Hauptziel. Mit Verabredung Konterknüpfen haben wir schon erledigt. Mit der Verabredung gewitzelt haben wir jetzt auch schon einmal. Klappt ja wie verrückt. Küssen können wir gleich auch. Guck mal, zwei von drei. Perfekt. Tiefgründige Gespräche. Alter Schwede. Mehr Auswahl. Freundlich. Fesselnde Geschichte. Freundlich. Fesselnde Geschichte. Was sind eigentlich tiefgründige Gespräche? Ausholen. Romantik. Jetzt haben wir natürlich hier keine Massage, ne? Ist ja irgendwo eine Massagebank. Obergeschoss vielleicht. Das Ding hat gar kein Obergeschoss. Auch nicht schlecht. Okay. Wange küssen. Über Gourmet-Speisen reden. Ach, das Gespräch muss gut werden, damit es tiefgründig verläuft. Okay. Mehr Auswahl. Romantik. Massage anbieten. Ja. Zuga. Spohbib. Yadabu. Olive. Zababia vor. Zafo. Zimaste. Lumis. Amstadorbe. Uns fehlen nur noch die beiden tiefgründigen Gespräche. Ist unglaublich. Ah, Phobie. Dar toglu, jungle. Zombra, Bunkaru, knoin misanifeh. Falabo, skankleappin. Uh, Wolofoi, uh... Sparsha bu film. Ah, Bimbenoba. Ha ha, Hubertay. Ha ha ha, Doroy. Ja, ein angenehmes Gespräch. Wie war das? Das Gespräch muss gut verlaufen. Ja, läuft es doch eigentlich. Kann doch nicht sein. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Tiefgründige Gespräche. Mehr Auswahl. Lustig. Da ist auch nichts Tiefgründiges. Aktionen. Oh, Harpin. Ah, Yabara! Wende küssen. Wunderung aus. Ah, Einziger war fertig. Ein Gespräch fehlt noch. Wo besten Geiger reden. Die geht auf Toilette. Okay. Okay. Naar, Dvish. In Stabru. Da, Dvepi. Ja, Dvip. Bimbas. Um... Es gibt keine Gemeinschaftstoiletten hier. Reden wir nochmal über Farbtheorien? Es fehlt doch nur noch ein Gespräch, Mann. Och, Mensch. Fast alles geschafft. Das ist unglaublich. Kleiner Schmitz, na guck mal. Ja, liebe Leute, dann haben wir die Verabredung auch schon wieder durch. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir wieder zu Hause sein. Wir haben ganz schön den Hintern gekriegt, du. Ich würde sagen, läuft. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich denke, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und bis dahin sage ich einfach mal Ciao, Ciao, macht's gut. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.